In der Serie, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, macht Rosa Katrin ein unglaubliches Angebot. In der Vergangenheit gelang es schon einmal einem Lehmann, Katrin Flemming, Ulrike Frank, zu entmachten. Tatsächlich riss sich Felix Lehmann, Thaddeus Meilinger, gemeinsam mit Laura, Chrysanthi Kawasi, ihre Firma unter den Nagel, damals als WL noch, KFI International, steht, also, Katrin Flemming Immobilien. Wird es die Mutter dem Sohn nun gleich tun? Der Deal zwischen Carlos, Patrick Fernandes, und Rosa ist auf jeden Fall eindeutig. Wie wäre es mit WL zu einem attraktiven Preis? Sie müssen nur ein paar Wochen warten, schlug Carlos ihr vor. Sie müssen mich nur zum CU machen. WL ist eine Goldgrube. Die Firma boomt gerade, und sie kriegen sie zum Dumpingpreis. Ihre Aktie stabilisiert sich, und sie behalten ihre Bank. GZSZ. Die fatale Weihnachtsfeier. Nach kurzen Zögern ließ sich Rosa auf den Deal ein. Und aktuell sieht es so aus, als ob das Duo wirklich erfolgreich ist, und die Bombe platzt ausgerechnet auf der WL-Weihnachtsfeier. Ja, Katrin wundert sich, warum Rosa auf der Mitarbeiterveranstaltung im Mauerwerk auftaucht. Vielleicht will sie etwas verkaufen, sagt sie zu Tobias. Denn die Lehmann-Bank befindet sich in einer Krise. Doch Rosa hat nichts zu verkaufen. Im Gegenteil, sie will etwas kaufen, wie Katrin wenig später erfahren wird. Doch zuerst kommt Carlos aus der Deckung. Er konfrontiert Katrin mit dem Video, das er in Susas Wohnung aufgezeichnet hat. Sie haben mich unterschätzt. Genießt er seinen Triumph. Denn er weiß, wenn die Aufnahme bei der Polizei landet, kommt Tobias, der wegen seiner Spielsucht privaten Solvenz anmelden musste, ins Gefängnis. GZSZ Das bietet Rosa Katrin an. Was wollen sie, Geld? Fragt Katrin zynisch. Doch Carlos lässt sie wissen, dass er es auf die Firma abgesehen hat. Dafür haben sie nicht das Format, spottet Katrin noch, als Rosa um die Ecke kommt. Und Katrin fällt es wie Schuppen von den Augen. Ich biete ihnen 7,5 Millionen Euro, sagt Rosa, der Preis ist nicht verhandelbar. Geld oder Liebe, wer Katrin sich entscheiden wird, werden wir in den nächsten Tagen sehen.